Kezing, Leute! Willkommen zu meinem Ankündigungsvideo. Nein, das ist kein Special. Aber ich bedanke mich trotzdem bei euch über 5000 Abonnenten. Ihr seid die Besten! Digga, was? Kein Special? Ich geb dir gleich ein Ankündigungsvideo, du Knecht! Ja, das war ganz cool, Döner-Boden-Ali. Jedenfalls, ähm... Ich will euch einiges ankündigen. Und zwar werde ich ein neues Spiel spielen. Ja! Gabelstapel, Digga! Schöne Gabelstapel-Simulator, Digga! Nein, nicht Gabelstapel-Simulator-Döner-Boden-Ali. Ich habe einen Mafia gedacht. Oh mein Gott, ich hoffe, der IG bringt mich nicht um. Er ist Mafia, Digga, er ist Mafia. Jedenfalls will ich Mafia spielen. Mafia 1, nicht 2, weil ich Mafia 1 viel besser finde. Mafia 2, wenn ich das auch irgendwann in Let's Plays mal schauen. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit. Ich geb dir gleich ein Problem an! Ist ja gut, Döner-Boden-Ali. Jedenfalls habe ich euch ansonsten gar nichts mehr zu sagen. Viel Spaß weiterhin mit meinen Let's Plays. Katsink!